Marathon kommt ins Vogtland. Die Sparkasse Vogtland wird 2016 Ausrichter des 41. Sparkassen-Marathon sein. Darüber informierte gestern Nachmittag das Kreditinstitut im Plauner Konturhof. Das Sportereignis soll helfen, die Spitzenstadt in Deutschland bekannter zu machen. Start und Ziel wird der Altmarkt in Plaunen sein. Ab kommenden März können sich Laufbegeisterte im Internet unter www.sparkassen-marathon-vogtland.de anmelden. Rund 3000 Teilnehmer erhoffen sich die Veranstalter für die 42 Kilometer lange Strecke. Der erste Sparkassen-Marathon wurde 1976 in Dülmen absolviert und zählt heute zu den größten Betriebssportveranstaltungen Deutschlands.